BRUT TV meldet sich wieder bei der Heimfahrt von Mellbergen. Staube, hat's dich auch gefallen? Ja, ja. Passt schon. Ja, Mich, was sagst du, seid's gut davon gekommen, auch mit dem Fasselbier? Ja, das war ein Applausag. Ein 30er Fassel hätte schon zahlen müssen, oder? Ja, ich hätte 50 Jahre zahlen müssen. Ja. Dann müssen wir noch einmal die Schützen anrufen, dass sie das vergessen haben. Ja. Ja. Paube, was sagst du? Seid's davon gekommen, noch mal ein Fasselbier? Nein, ich habe bestochen alles. Bestechung? Bestechung, ja. Das Schützengericht hat eigentlich vergessen, oder? Ja, ich habe auch bestochen. Ja. Ja. Floschnuppen. So, liebe Freunde. Tschüchwederwärts auch. Ja. Aber wir wollen ja bald in den Süden zu machen sehen. Da ist das wunderschön. Und das war's wieder mal. Bis zum nächsten Mal. Oder bir Nippe Rommplotebato! Bist du hierher? Ja.